Winterzeit ist Hechtzeit und mit diesen 10 Tipps kommst du jetzt sicher zum Fangerfolg. Los geht's mit Tipp Nummer 10, Hechte finden. Grundsätzlich gilt, wir finden Hechte im Winter immer in der Nähe von Beute. Die Beute ist jetzt nicht mehr weit verteilt im Gewässer, sondern sehr konzentriert. Wir müssen uns also merken, dass die meisten Bereiche in einem Gewässer im Winter fischleer sind, weil die Jung- und Weißfische sehr geballt auf ihren Winterplätzen stehen. Und dort, wo die kleinen Fische sind, dort halten sich häufig auch die Barsche auf. Sowohl die Weißfische als auch die Barsche sind Beute für den Hecht und ziehen ihn magisch an. Das bedeutet für uns Angler, wir müssen im Winter große Bereiche nach Fischen absuchen und viel Strecke machen, um die Winterstandplätze der Hechte zu finden. Nicht selten finden wir jetzt im Winter sogar mehrere Hechte am selben Platz. Das heißt, haben wir irgendwo ein Hecht gefangen, können wir dort mit hoher Wahrscheinlichkeit noch einen zweiten Hecht fangen. Ist das geil? Fisch! Da ist unser Köder, da ist unser wunderbarer zweiter Winterhecht.